In meinem letzten Video haben wir uns hier bei 39.000 US-Dollar befunden und da hatte ich euch gesagt, es könnte durchaus jetzt hier nochmal einen Pump nach oben geben, wenn wir hier eben diese Abwärtstrendlinie nach oben hindurch brechen. Das haben wir auch kurzzeitig getan. Allerdings war das hier nur eine Bullenfalle und dann ging es hier rapide mit dieser Kerze, Tageskerze nach unten. Und ich hatte euch auch in meinem letzten Video dann angedeutet, dass wir dann durchaus einen Abverkauf bis auf 30.000 US-Dollar sehen könnten. Das hatte ich sogar in meinem Thumbnail groß auch so angekündigt. Und für diejenigen, für die das hier eine kleine Hilfe war, die können ja jetzt schon mal ein Like für dieses Video dalassen. Des Weiteren möchte ich einmal ganz kurz was in eigener Sache sagen. Dies wird nämlich hier das letzte Krypto-Video auf dem Kanal Business & Politics sein. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, hier den Krypto-Content auszulagern, weil das mir hier auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ich hier auch eine hoffentlich mal eine größere Community haben möchte. Das wäre schön, wenn wir uns dann hier immer mehr vermehren und uns hier dann auch in einer größer werdenden Community über die Kryptowährungen austauschen könnten. Das heißt, wenn du hier meinem neuen Kanal, Krypto Akut heißt er, beitreten möchtest oder diesen abonnieren möchtest, dann findest du den Link dazu in der Videobeschreibung und ich werde den Link dazu auch nochmal unter diesem Video anpinnen. Also auf diesem Kanal dann reiner Krypto-Content, immer die neuesten Krypto-News einmal die Woche und Chart-Technik zu den großen Kryptowährungen beziehungsweise auch dann zu unterschiedlichen Kryptowährungen, die ich für kaufenswert halte. In diesem Video müssen wir jedoch jetzt die Frage klären, war es das jetzt hier mit diesem Abverkauf oder geht das jetzt hier dann doch nach unten so weiter? Einige sagen sich, ach wir sind hier in der Vergangenheit so häufig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal bei 30.000 US-Dollar wieder nach oben gedreht. Warum soll das denn diesmal anders sein? Und genau dieser Frage möchte ich in diesem Video auf den Grund gehen. Das heißt, wir werden uns wie immer die fundamentalen Zahlen, Daten und Fakten anschauen. Im ersten Teil des Videos und im zweiten Teil des Videos werde ich dann hier auch nochmal genauer auf die Chart-Technik eingehen und natürlich auch auf Anlagestrategien, die man jetzt hier anwenden könnte. Und da werde ich euch natürlich wie immer beschreiben, wie ich hier jetzt in diesem Fall vorgehen werde. Das ist wie immer keine Anlageberatung, sondern wie gesagt, ich beschreibe euch nur, was ich jetzt tun werde. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen hier bei Business & Politics. Dein Kanal für die Sachwertanlage. Aber wie gesagt, dies ist das letzte Video, das ich hier auf diesem Kanal über Kryptowährungen mache. Zukünftig wird es diese Videos dann auf dem Kanal Krypto Akut geben. Den Link zu den Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Hat Warren Buffett hier doch recht und sagt, wenn sie mir alle Bitcoin der Welt für 25 Dollar anbieten, ich würde sie nicht annehmen. Es gibt ja viele intelligente Leute, die hier sagen, dass Bitcoin auf Null fallen wird. Wir sind jetzt hier mittlerweile bei 30.000 US-Dollar angekommen. Ich kann schon mal so viel verraten. Ich gebe hier dem Herrn Buffett nicht recht. Ich glaube, er ist hier ein bisschen sauer, dass er bei diesem Trend nicht dabei war. So ähnlich hatte er auch den Tech-Trend verpasst. Bei Apple ist er auch ziemlich spät eingestiegen und Amazon hat er komplett verpasst. Aber wir schauen uns natürlich jetzt mal an, was hier so die neuesten Krypto-News in den letzten Tagen und Wochen waren, was sich vielleicht positiv und auch negativ fundamental so ereignet hat. Kryptobranche vor schweren Zeiten. Die US-Behörde verschärft die Kontrollen. Darauf sollten wir verstärkt achten, meiner Meinung nach. Weil wenn die USA jetzt hier ähnlich wie in China dann doch irgendwann mal das Mining verbieten würden oder den Handel mit Bitcoin verbieten würden, das wäre natürlich ein sehr starker Schlag gegen Bitcoin. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Aber dass hier die Regulierung immer weiter fortschreitet, das hatte ich euch schon häufiger gesagt, dass ich das erwarte. Und das ist zum größten Teil auch positiv, weil das eben impliziert, dass sich hier der Kryptomarkt in der alteingesessenen Asset-Klassenwelt etabliert. Die Kryptobranche muss sich auf härtere Zeiten einstellen. Die Branche ist bereits von unerwarteten Untersuchungen und harten Maßnahmen betroffen. Nun gibt die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC bekannt, dass sie ihre Cyber-Taskforce aufstocken wird und noch härter durchgreifen will. Wie die SEC am Dienstag mitteile, wird sie ihre Cyber-Taskforce fast verdoppeln und sie in Crypto-Assets und Cyber-Unit umbenennen. Damit will sie verdeutlichen, dass sie sich verstärkt auf die Kryptobranche fokussieren wird. Die Abteilung wird ab sofort über 50 und nicht mehr nur 30 Mitarbeiter verfügen. Ja, also das ist hier jetzt immer noch keine riesige Anzahl, aber man sieht, dass man dieses Thema doch immer ernster nimmt, vielleicht auch mit Sorge beobachtet, dass jetzt vielleicht auch größere Fonds anfangen wollen, in Kryptowährungen zu investieren und deswegen stockt man hier natürlich dann auch die Mitarbeiter auf. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sagte, dass die Aufstockung des Personals der Abteilung mehr Spielraum verschaffen würde, um Fehlverhalten an den Kryptomärkten zu überwachen und gleichzeitig weiterhin Offenlegungs- und Kontrollprobleme in Bezug auf die Cyber-Security zu ermitteln. In einer Pressemitteilung, in der die Umbenennung angekündigt wurde, wurden auch die Ziele der neuen Taskforce veröffentlicht. Diese umfasst fast die gesamte Branche. Die Abteilung wird Crypto-Asset-Angebote, Börsen, Kredite, Staking-Produkte, dezentrale Finanzplattformen, NFTs und Stablecoins unter die Lupe nehmen. Bisher war die SEC allerdings in Bezug auf die Vollstreckungsmaßnahmen gegen Kryptounternehmen auch nicht zurückhaltend. Im Februar hat sich beispielsweise der Krypto-Kreditanbieter BlockFi dazu bereit erklärt, einen Vergleich in Rekordhöhne von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, weil er sein Produkt an Privatanleger verkauft hat, ohne es als Wertpapier zu registrieren. Gensler übt auch scharfe Kritik an der Krypto-Börsen. Diese bieten Token auf ihren Plattformen an, die seiner Meinung nach Wertpapiere sind, aber bei seiner Behörde nicht registriert werden. Außerdem befindet sich die SEC inmitten eines Rechtsstreits mit Ripple über die Frage, ob der XRP-Token ein Wertpapier ist. Einige Führungskräfte in der Kryptobranche, darunter auch Coinbase-CEO Brian Armstrong, werfen der SEC vor, bei der Beurteilung, welche Produkte die Regeln erfüllen, nicht fair zu sein. Einige dieser Führungskräfte und Gesetzgeber haben sogar auf eine Gesetzgebung gedrängt, die die Regulierung von Kryptowährungen größtenteils aus der Verantwortung der SEC nehmen und der Commodity Futures Trading Kommission übertragen würde. Die Führungskräfte halten die CFTC für die wohlwollendere Aufsichtsbehörde. Aber es ist fraglich, ob bald eine umfassende Krypto-Gesetzgebung verabschiedet wird. Bis dahin sollten sich Krypto-Unternehmen auf verstärkte Kontrollen durch die SEC gefasst machen. Also der ein oder andere, der hier jetzt schon länger Krypto-Konten hat, wie ich beispielsweise, der hat einfach gemerkt, dass jetzt die einzelnen Plattformen und Börsen immer häufiger auf ihn zukommen und hier einen Fragebogen an ihn schicken. Woher hat man das Geld, das man hier auf der Börse eingezahlt hat? Welchen Beruf hat man? Wie hoch ist das Nettoeinkommen? Wo wohnt man? Also die wollen einen hier schon ganz schön aushorschen und das wird sich hier meiner Meinung nach verstärken, sodass hier diese Börsen dann immer transparenter werden. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt auf Nummer sicher gehen möchte, kann man das Ganze ja dann auch auf einer Cold Wallet speichern und sich den Code hierfür merken und das kann einem dann wirklich keiner mehr nehmen. Die Argentinische Zentralbank verbietet institutionellen Kryptohandel. Vor zwei Tagen erlaubten die zwei größten Privatbanken den Kryptohandel für Kunden. Nun kommt ein Verbot von ganz oben. Die Argentinische Zentralbank verbietet den nationalen Finanzinstitutionen die Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen. Eine entsprechende Verfügung gab die Behörde gestern bekannt, hier am 5. Mai schon ein paar Tage her. Das Verbot kommt nur zwei Tage, nachdem zwei der größten argentinischen Privatbanken angekündigt hatten, ihren Kunden den Kryptohandel zu ermöglichen. Mit ihrer Entscheidung wollte die Argentinische Zentralbank die mit diesen Vermögenswerten verbundenen Risiken für die Nutzer von Finanzdienstleistungen und für das Finanzsystem insgesamt reduzieren, heißt es im Erlass. Mit heftigen 48,41% liegt Argentinien auf dem 7. Platz der Länder mit der höchsten Inflationsrate. Ja, also wie immer möchte man hier den armen Bürger nur schützen vor diesen Unsicherheiten, die durch die Kryptowährungen drohen. Im Endeffekt geht es hier einfach darum, dass man die eigene Währung irgendwie schützen möchte, die Zentralbank. Und deswegen wird hier gegen diese Kryptowährungen vorgegangen. Es ist ja sicherlich kein Zufall, dass dieses Verbot nur zwei Tage, nachdem zwei der größten argentinischen Privatbanken angekündigt hatten, ihren Kunden den Kryptohandel zu ermöglichen, dass dieses Verbot dann zwei Tage danach kommt. Also können wir festhalten, dass hier auch dann doch wieder ein Land existiert, das den Kryptowährungen den Kampf angesagt hat. Ja, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Aber Argentinien, denke ich, spielt hier in der Kryptowelt jetzt keine übergeordnete Rolle. Viel schlimmer wäre es, wie gesagt, wenn die USA jetzt hier ernst machen würden. Eine weitere positive Nachricht, die jetzt auch schon ein paar Tage alt ist für die Bitcoin-Anhänger, ist einfach, dass auch Panama Bitcoin zum Zahlungsmittel macht. Und das war ja auch zu erwarten nach El Salvador. Und auch ein paar afrikanische Länder werden das jetzt tun. Bitcoin wird in immer mehr Ländern hier zum Zahlungsmittel. Und das ist eine positive Tendenz, finde ich. Panama ist eher so ein Land, was für Geldwäsche bekannt ist. Natürlich nicht das seriöseste Land. Ihr kennt ja sicherlich die Story um die Panama Papers. Also hier wird viel Geld gewaschen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass hier Panama Bitcoin zum Zahlungsmittel gemacht hat. Und ich hoffe, dass hier viele weitere Länder noch folgen werden. Einen kleinen lustigen Gag fand ich hier. Satoshi Island lockt Bitcoiner in die Südsee. Also wer hier die Nase voll von dem deutschen schlechten Wetter hat und viele Bitcoin auf dem Konto, der kann sich einfach hier zur Ruhe gesetzen und dann auch in Kryptowährungen bezahlen. Als Teil der Inselgruppe Vanuatu lockt Satoshi Island mit günstigen Steuerbedingungen, NFT-Grundstücken sowie einer Art NFT-Staatsbürgerschaft. Zudem soll die Kryptokommunität großen Wert auf Nachhaltigkeit im Inselalltag legen. Also hier sogar eine NFT-Staatsbürgerschaft. Ich bin ja auch der Meinung, dass sich die NFTs hier ganz klar durchsetzen werden in ganz vielen Dingen. Wir können ja mal eine kleine Wette abschließen. Ich glaube, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre werdet ihr Konzerttickets hier, da werdet ihr ein NFT zukünftig vorzeigen. Und ob das dann so weit geht, dass hier vielleicht dann sogar auch Grundstücke oder Häuser über NFTs dann in der Blockchain gespeichert werden, was ich mir wünschen würde, weil dann dieser bürokratische Aufwand beim Notar wegfallen würde, das bleibt jetzt abzuwarten. Aber ich halte NFTs hier für eine ganz tolle Sache. Ein weiterer wichtiger Fakt, auf den ich in meinem letzten Video bereits eingegangen ist, Krypto ist more correlated with tech stock than ever. How do we decouple? Ja, das ist die große Frage. Die solltet ihr euch auch stellen. Ich hatte euch in meinem letzten Video hier die Korrelation zwischen dem Nasdaq und Bitcoin gezeigt. Auch gestern ist der Nasdaq wieder um vier Prozent abgeschmiert. Bitcoin hat es ihm gleich getan und ist sogar noch mehr nach unten gerauscht. Ja, die große Frage ist, wie lange wird diese Korrelation anhalten? Da bin ich natürlich gespannt. 2020 konnten wir erleben, dass hier die Kryptowährungen schon begonnen haben, im April, Mai, Juni nach oben zu pumpen, nach dem Crash. Die Tech-Stock-Aktien sind dann ein bisschen später gefolgt. Aber jetzt in den letzten Monaten haben wir dann hier doch eine ziemlich hohe Korrelation zwischen Tech-Stock und hier diesen Aktien erlebt. Es wird jetzt spannend sein zu beobachten, ob wie nach dem letzten Crash 2020 hier die Kryptos die Rallye vor den Tech-Stocks beginnen und ob sich hier mittel- und langfristig Krypto einfach auch als Inflationsschutz etablieren wird und sich hier diese Korrelation zwischen Tech-Stocks und Bitcoin und anderen Kryptowährungen enden wird. Da könnt ihr sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es wäre meiner Meinung nach sehr wichtig, wenn das stattfinden würde, damit sich hier die Kryptowährungen weiter etablieren und auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Smarte Investoren wollen ihr Vermögen breit diversifizieren und da ist dann natürlich eine enge Korrelation zwischen Krypto und Tech-Stocks nicht gewünscht. Auf der anderen Seite ist es aber auch schon mal ein gutes Zeichen, dass Krypto sich so weit etabliert hat, dass sie hier überhaupt dann die Kraft haben, mit den Tech-Stocks zu korrelieren. Nach Meinung einiger Experten wird diese Korrelation allerdings innerhalb der nächsten zwölf Monate enden. Ich bin gespannt, ob es so kommen wird. Auch eine sehr interessante Neuigkeit Das hier ist eine sehr, sehr gute Nachricht für alle, die hier DeFi unterstützen. Was ist Compound? Dezentral Finanzen. Darum geht es. Ist dank Compound spätestens in diesem Jahr jedem ein Begriff. Das Landing-Protokoll legt mit dem Start seines eigenen Governments-Token-Comp einen fulminanten Start hin und stieg innerhalb kürzester Zeit um mehrere hundert Prozent auf Platz 1 aller DeFi-Tokens. Also, das ist hier ein sehr interessantes Zeichen, wenn hier dann so eine große Institution wie S&P Global hier dann ein Rating an Compound vergibt. Und das könnte vielleicht auch der Startschuss sein, dass hier diese DeFi, diese dezentralen Finanzen dann ihrem Siegeszug beginnen. Manche munkeln ja, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre hierdurch dann die Banken abgelöst werden. Das werde ich natürlich mit großer Spannung beobachten. Dann werfen wir nochmal, bevor ich jetzt zur Chart-Technik komme, einen Blick auf den 4-In-Creed-Index. Wir sind jetzt bei 10. Und das ist auch meiner Meinung nach absolut berechtigt. Ich hatte euch ja in den Phasen, in denen wir hier oben noch standen, im orangenen Bereich gesagt, dass für die derzeitige Marktsituation und bei den ganzen Risiken, die da lauern, wir noch recht hoch stehen. Das heißt, die Krypto-Anhänger waren noch sehr lange hier, haben die Gefahr nicht erkannt. Es wurde ja jetzt auch in einer Studie deutlich, dass Krypto-Investoren oder auch NFT-Investoren hier ein geringeres Finanzwissen haben als jetzt herkömmliche Aktien-Investoren. Auch ich kann das teilweise beobachten. Es handelt sich hier um sehr junge Leute teilweise noch, die natürlich von der Notenbank-Politik, Inflation und so weiter, teilweise noch nichts gehört haben, aber einfach sich Weltklasse jetzt mit NFTs auskennen und wie man frühzeitig in interessante Projekte hier rankommt. Aber diese Personen lernen eben jetzt gerade, dass hier das große Mutterschiff, die Notenbank Fett, mehr oder weniger das ganze Spiel hier bestimmt. Ich bin der Meinung, dass wir hier weiterhin in diesem Bereich bleiben und ich würde anders als in der Vergangenheit jetzt erst mal sagen, dass hier diese Marke nicht von mir genutzt wird, jetzt zu kaufen. Das heißt, ich mache im Moment nicht bei The Dip, sondern ich beobachte das Ganze hier jetzt weiter. Aber wie ich jetzt hier vorgehe, zeige ich euch bei der Chart-Technik. So, kommen wir jetzt hier mal zur Chart-Technik. Wir sind hier im Endeffekt im Moment mit der 31.360er Marke am Kämpfen. Das ist hier so eine Unterstützungslinie von den Pivot-Points. Allerdings waren wir hier auch jetzt schon bei 29.870 US-Dollar. Und hier ging es dann auch wieder nach oben. Das heißt, es war völlig klar, dass hier jetzt ein Bounce nach oben kommt. Allerdings, wie dieser Bounce bisher stattfindet, enttäuscht mich doch hier ein bisschen. Und einige von euch sagen jetzt bestimmt, Fynn, ich habe jetzt hier mein gesamtes liquides Kapital, was ich für Kryptowährungen zurückgelegt habe, habe ich investiert, weil ich hier in der Vergangenheit sehe, dass wir achtmal in diesem Bereich hier wieder nach oben gedreht sind. Warum machst du das denn hier nicht auch so? Da sage ich euch, ich bin hier weiterhin sehr vorsichtig und bin so skeptisch wie noch nie, dass wir auf jeden Fall diese 30.000er Marke hier halten werden. Das heißt, aus meiner Sicht kann es durchaus sein, dass wir die 30.000er Marke in diesem Bärenmarkt nach unten hin brechen werden. Deswegen überlegt man sich jetzt natürlich, soll man hier jetzt erstmal mit einer großen Einzelposition reingehen und dann einen Stopp unter dieser wichtigen Marke setzen. Das ist hier nämlich auch gleichzeitig das 61,8er Retracement bei 28.850 US-Dollar. Das ist das Retracement vom Tief bei 4.000 US-Dollar bis zum Allzeithoch bei knapp 70.000 US-Dollar. Und das ist hier wirklich das 61,8er Retracement davon. Ein ganz, ganz wichtiges Retracement. Das heißt, es bestehen jetzt zwei mögliche Strategien. Entweder geht man hier in diesem Bereich jetzt mit einer ziemlich großen Position X rein, die man eben davon, die man für Kryptowährungen vorgesehen hat und setzt dann einen Stopp unter dieser Marke. Allerdings bei diesen liquiden, hochvolatilen Märkten kann es natürlich jederzeit sein, dass man hier dann mit dieser riesigen Position ausgestoppt wird. Weil die Position so groß ist, muss der Stopp allerdings relativ nahe an diesem 61,8er FIP liegen, also 28.850. Ja, da setzt man ein bisschen darunter, vielleicht dann bei 27.000 US-Dollar. Aber das wäre dann natürlich ärgerlich, wenn man hier dann ausgestoppt wird. Deswegen präferiere ich persönlich eher Methode 2, dass man die Strategie des Pyramidisierens anwendet, das heißt, man sollte sich überlegen, welche Summe hat man hier für ein Investment zur Verfügung. Der eine sagt vielleicht 50.000, der andere 10.000, der nächste vielleicht 100.000. Sagen wir mal bei 100.000 Euro. Sollte man sich, oder so gehe ich zumindest vorher, dann überlegen, wie weit könnten wir denn höchstwahrscheinlich im schlimmsten Fall nach unten fallen. Und das wäre hier im Moment das Allzeithoch meiner Meinung nach aus dem Jahr 2017, das hier so um die 19.000 bis 20.000 US-Dollar gelegen hat. Da haben wir auch das 78,6er Retracement. Ganz viele wachstumsstarke Aktien wie Teladoc, Roku und so weiter, Shopify sind hier in diese Bereiche jetzt reingelaufen. Das heißt, es kann durchaus hier bei so volatilen Asset-Klassen dann auch so weit nach unten korrigiert werden. Das heißt, man könnte sich dann quasi dazu entschließen, hier mit dem Prinzip des Pyramidisierens reinzugehen. Und da muss man sich eben überlegen, wenn man jetzt die Summe 100.000 Euro zur Verfügung hat, geht man dann hier vielleicht bei 28.000 in dem Dreh mit 30.000 rein. Die zweiten 30.000 hier bei 25.000 bei diesem Pivot-Point und die letzten 30.000 hier bei um die 20.000. Das heißt, das wäre dann natürlich auch eine Methode und ein Investment. Da geht es dann nicht mehr ums Trading. Wenn wir dann durch die 20.000 durchfallen, muss man dann natürlich überlegen, ob man hier aus allen Positionen wieder rausgeht. Das werde ich nicht machen. Wenn ich hier mit diesem Pyramidisieren investieren werde, dann werde ich keine Stops mehr setzen. Dann heißt es All-in. Deswegen sollte man dann hier natürlich auch mit einer Summe hantieren, die man verkraften kann und an die man auch lange Zeit nicht mehr ran muss. Man kann natürlich auch dann sagen, okay, wenn wir durch die 18.000 oder 20.000 laufen, dann bin ich hier komplett aus allem raus. Allerdings ist man dann hierher vielleicht schon mit der ersten Tranche bei 27.000 in den Bereich eingestiegen. Deswegen müsst ihr euch auch entscheiden, denn das hängt natürlich davon ab, wie weit ihr glaubt, dass es hier nach unten geht. Müsst ihr natürlich auch entscheiden, wo ihr den Schwerpunkt eurer Pyramidisierungsstrategie setzt. Zunächst sind alle Summen gleich groß oder sagt ihr hier oben vielleicht von euren 100.000 macht ihr erstmal nur 20.000 rein. Hier in diesem Bereich bei 25.000 macht ihr dann, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 rein und hier unten nochmal 30.000, 40.000. Das muss jeder für sich selbst beantworten. Ich werde diese Frage natürlich hier mit meinen Kanalmitgliedern klären und dann auch meinen Kanalmitgliedern Brandheis sagen, wie ich hier investieren werde. Eine dritte Möglichkeit wäre es natürlich hier den Cost Average Effekt zu nutzen und die monatlichen Sparraten, die man jetzt hier die ganze Zeit investiert hat, natürlich in der Marke zwischen 30.000 und 20.000 US-Dollar extrem zu erhöhen. Dass man anstatt 100 Euro jeden Monat in Bitcoin zu investieren, dann 300, 400, 500 Euro vielleicht in Bitcoin investiert und anstatt vielleicht monatlich vielleicht das Ganze sogar versucht, dann im 10-Tages-Rhythmus zu realisieren. Dass man irgendwie versucht, da Gelder abzuzweigen, um hier diese Phase dann eben zu nutzen, um in den Markt reinzukommen. Das Pyramidisieren und diese Ansparpläne sollten natürlich auch nur die Leute machen, die glauben, dass Bitcoin und Co. langfristig dann wieder nach oben drehen werden und dass hier Bitcoin und Co. sich auch als Asset-Klasse erstmal halten werden. Ja, das tue ich. Deswegen werde ich auch auf einer dieser Arten hier investieren. Wie gesagt, eine weitere Möglichkeit wäre dann hier immer mit einer Summe X einzusteigen und dann Stopps setzen. Allerdings kann man dann immer hier ausgestoppt werden. Wichtige Unterstützung sind die 28.850er Marke. Wie gesagt, das ist das 61,8er Retracement. Dann kann ich euch hier nochmal auf Monatsbasis eine wichtige Unterstützung zeigen. Das ist hier die 50-Tage-Linie auf Monatsbasis. Die ist bei 26.000 US-Dollar. Dann haben wir hier diese dritte Unterstützung des Pivot Points. Die ist bei 25.000 US-Dollar. Sollte diese Marke zwischen 25.000 und 26.000 US-Dollar brechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir hier in Richtung 18.000 bis 20.000 US-Dollar laufen. Darunter sollten wir nicht mehr abtauchen. Ja, also da bin ich sehr optimistisch, dass die 18.000 bis 20.000er Marke hält. Ich habe euch jetzt drei mögliche Strategien genannt. Ich habe euch die wichtigsten Unterstützungen nach unten hin genannt, wie ihr vorgehen möchtet. Wenn ihr sagt, diesmal hält wie immer hier das 61,8er FIP bei 28.500 US-Dollar, diejenigen können dann natürlich jetzt schon mit einer großen Summe X einsteigen und den Stopp dann hier bei 27.000 US-Dollar in den Bereich setzen. Ja, da seht ihr nochmal das Retracement hier vom Tief bei 4.000 US-Dollar, Corona-Tief, bis zum Allzeithoch bei knapp 70.000. Und wir sind jetzt hier bis auf 61,8er Retracement fast zurückkorrigiert. Also eine sehr, sehr spannende Phase und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Auch bei Ethereum hat sich einiges getan. Auch hier sind wir natürlich nach unten abgerauscht bis zum Tief vom Februar. Naja, da waren wir nämlich bei 2.170 US-Dollar. Knapp dahin sind wir gelaufen. Jetzt sind wir hier wieder nach oben abgeprallt. Kämpfen wir jetzt hier mit dem 23,6er Retracement von einem Retracement, das ich gezogen hatte, hier vom Tief vom Juli 2021 bis zum Allzeithoch. Das heißt, hier haben wir auch noch einen horizontalen Widerstand. Das heißt, die 2.500, die sind hier erstmal ein ziemlich wichtiger Widerstandszone. 2.520 bis 2.466. Wenn wir hier nach oben durchsprechen, dann geht es dann weiter Richtung 2.660 und dann auch hier Richtung 2.800. Ich beobachte das hier weiterhin. Heute könnte ein kleiner Bounce nach oben kommen. Wir könnten auch immer stärkere Rallys nach oben kriegen. Bärenmärkte sind gekennzeichnet immer wieder durch starke Rallys nach oben. Allerdings nutzen in solchen Marktphasen dann eher die Profis, diese Rallys nach oben dann ihre Positionen abzubauen. Also während es damals immer hieß, buy the dip, nutzen wie gesagt jetzt hier das Smart Money, diese Rallys nach oben, ihre Positionen zu verringern. Nach unten hin wartet die 2.170. Wenn es hier nach unten durchsprechen könnte, dann könnte es auch hier weiter nach unten gehen. Ich habe hier mal die 50-Tage-Linie eingezeichnet auf Monatschartbasis und die ist hier bei 1.570. Also wenn es so weit wie beim Bitcoin nach unten gehen würde, beim Bitcoin war diese Linie bei 26.000 US-Dollar, da können wir eben erkennen, dass hier der Ethereum-Kurs noch ein bisschen besser gelaufen ist in den letzten Tagen als Bitcoin. Ansonsten wäre hier eine ganz wichtige Unterstützung die 1.750 US-Dollar. Das war hier mehrmals angelaufen, dieses Tief am Mai 2021, im Juni 2021 und im Juli 2021. eine ganz wichtige horizontale Unterstützung und sicherlich hier in diesem Bereich werde ich dann auch mit meinem Pyramidisieren wieder beginnen. Dann schauen wir uns nochmal DeFi an. DeFi Chain, ja, ich finde ja diese Thematik rund um DeFi sehr interessant. Ich habe euch ja auch eben hier die News mit Compound hier nochmal zum Besten gegeben, hier mit diesem Rating, mit dieser Rating-Agentur. DeFi Chain, auch für mich ein interessanter Asset. Und deswegen schauen wir uns das hier mal an. Wir sind auch hier bis zum 38,2er Retracement gelaufen. Das ist hier der Kurs DeFi Chain, US-Dollar, Tether. Ich handele das hier immer in Tether, gehe entweder in Tether oder dann in DeFi Chain zurück. Bin jetzt hier bei 4,20 in etwa mit meinen Kanalmitgliedern aus DeFi Chain ausgestiegen. Das war auch die richtige Entscheidung, wie wir hier gesehen haben. Es hat sich sehr lange diese Tokens beziehungsweise Altcoins haben sich gut gehalten. Vor allem diejenigen, die noch Geld erwirtschaften auf irgendeine Art und Weise durch Staking, durch Landing, durch Liquidity Mining und so weiter. Die Firmen, die das eben anbieten, haben sich hier noch recht gut gehalten. DeFi Chain gehört hier dazu. Allerdings konnten sich hier nach dem Abverkauf gestern, vorgestern dann auch selbst diese Firmen, die hier eigentlich Geschäftsmodelle haben, die Cashflow produzieren, nicht mehr halten. Und auch hier ging es dann nach unten. Auch das werde ich natürlich jetzt weiter beobachten und hier dann einen Einstieg wagen. Ich hoffe, dieses Video hat euch einen Mehrwert geliefert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Abonniert den Kanal, abonniert den neuen Kanal Crypto Akut. Mein Name ist Finn Bartels und bleibt gesund.